Ja, das hier ist dieser berühmte tolle Boulevard, den ich erwähnt habe. Und hier ist diese, ja hier ist so ein kleiner Park. Ich muss sagen, ja gut, hier ist eine Brücke, da geht kein Mensch drüber. Wirklich, ich habe in den letzten 15 Minuten noch niemand gesehen, der über die Brücke geht. Alles geht hier unten, aber okay. Und hier geht das so, wie man sieht, immer weiter. Also das überführt dann auch die große Straße. Also das ist ja hier im Süden Spaniens, ist ja diese große Straße, also diese, was mich schon vor 10 oder auch vor 20 Jahren, als ich hier war, gewundert hat. Also da ist wirklich entlang der gesamten Küste diese gigantisch große, ja diese große Verkehrsstraße. Und hier haben sie in San Pedro da so ein Boulevard da drüber gebaut. Also darunter muss man irgendwo, also ich glaube hier nicht, aber ein bisschen weiter, geht dann über die, über diese Straße. Ja, ich muss sagen, ist nett, aber ist auch nicht so, wo ich sage, ist jetzt so unglaublich toll. Aber vielleicht muss ich mal den ganzen Boulevard gehen, ich habe keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall hier und überall, auch hier Pharmazia, Apotheken. Die sind ja wie in Spanien ähnlich wie in Frankreich, anders als bei uns. Da gibt es auch ganz viel Kosmetik und alle möglichen Sachen. Ja, wir machen das, aber wir machen das. Ja, wir machen das. Ja, wir machen das.